Ich bin hier nämlich gerade am konzentrieren, um mal Gegner noch zu finden. Hier ist einer. Ja, so leicht findet man Gegner, ne? Kommt hier, haben wir hochspaziert. Mit seinem Zweierhelm. Oh, da unten. Guck mal, da läuft einer. Da. Mit Snowboard. Der mich gesehen hat. Oh, jetzt wird er auch noch da hochklettern, oder was? Er will einfach noch da hochklettern. Ach, Mann. Wollt er mit der Gondel fahren hier, der alte Kraxler. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Servus, Sporni. Yo. Tobi. Zweiter Monat hier bei dir, ha? Dankeschön, Tobi. Vielen, vielen Dank. Grüß dich auch. Und willkommen zurück. Grüß dich, grüß dich. Mal hier rüberjumpen. Wollte ich mal sagen. Und Loni. Komm mal, komm mal, komm mal. Was soll er jetzt machen so? Was soll er jetzt machen? Das Timing. Yo, Ogerle. Danke erstmal für den geschenkten Zapian Loni. Oh, ist sogar direkt hier vorn. Bis jetzt rollt das Ding auch noch runter. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier werden jetzt einige ankommen, denke ich mal. Oder? Ja, sollen wir los? Oder so? Wir müssen ja in die Zone dann irgendwann. Oder unten. cosech. Aber. Ist doch mal, gleich noch ein bisschen mehr gesellschaft hier oh mein helm ich muss mir seinen helm nehmen das glaube ich besser der rückstoß der ist vorhanden aber den gleich ich relativ gut aus also keine sorge das ist nicht allzu easy jetzt man braucht schon ein bisschen rückstoß kontrolle ich ziehe meine maus schon manchmal gut runter vor allem bei der akm dann ich kann ja gar nichts mehr sehen hier muss ich einmal schnell hier um den berg rum ne oh nein die arme schnell rein hier dass sie nicht so lange friert jetzt vielleicht noch ein bisschen fünfermonie mitnehmen so ein robert da oben links also ich habe den rechts auch gesehen aber ich will lieber den typen hier links holen das ein bisschen näher dran die wahrscheinlichkeit höher dass ich noch treffen noch ein drop was ist denn hier los weiß nicht ob ich mir den holen sollte das hat sehr weit unten ich bin aber noch in der zone drin ich glaube das lohnt sich nicht den zu holen sauber haben wir mal eingekillt drei hits und brauche ich da ich nehme mal die bandagen lieber ich weiß nicht von wo hier sollte ich erst mal safe sein der hätte auch wieder einen guten zweier helm der typ ich glaube das war der sogar von vorhin ja das war der lasst mal hier die hälfte splitten dann nehme ich mir noch sieben armonie mit dann den rest davon da oben doch nicht okay ja dann gucken wir mal die zonen hatte ich ja vorhin auch schon ne sechs leute noch das ist exakt wieder der gleiche punkt oder so sieht diesmal ein anderer gerade unsicher ne das ist diesmal ein anderer okay das ist das ist Cool. Cooles Ding. Haben wir die auch noch aus der Ecke rausgeholt? Sind noch zwei andere, alles klar. Schauen wir mal, was das so für Leute sind. Einer ist auf jeden Fall auf der anderen Seite noch drüben. Seid denn, der ist jetzt schon rüber, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding bei dem Game. Du weißt nie wirklich, wo die Gegner sind, weil der könnte jetzt auch einen Gleiter haben oder einen Snowboard, was auch immer. Oder der hat sich rüber gekraxelt, aber gut, Kraxler gibt es jetzt nicht. Ja, einer noch. Wo ist der Letzte? Wo haben wir ihn? Den nehme ich noch mit in den Tod hier vielleicht. Ah, guck mal, da kommt er. Der hat ein Snowboard. Einen hat er abbekommen. Sauber. GGs. Wuhu. Ey. Zehner Killrunde. Rauf da. Ey. Bye. 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 Biblical. King of the Swingers. Oh, the jungle VIP. I reached that up and had to stop and that's what's bothering me. Bye. Bye.